Klausurtraining, dritter Teil zum Thema Kettenregel. Wie du siehst, wir sind jetzt hier schon beim dritten Teil. Die ersten beiden Videos sind ja schon erschienen. Ich check sie super gerne mal ab. Ich verlinke sie dir in der Videobeschreibung hier drunter, wenn du auf mehr Anzeigen oder so klickst. Da hatten wir ja schon darüber gesprochen, wie man das U und das V bestimmt für die Kettenregel als Vorarbeit. Dann hatten wir schon so einfache Funktionen, wie jetzt hier diese Funktion f von x und g von x. Und heute geht es darum, wie man eine verkettete E-Funktion mithilfe der Kettenregel ableitet. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal direkt die erste Funktion f von x an. f von x ist gegeben, also e hoch 3x plus 1. Du siehst hier an der Seite die Schritte, die wir so auch auf jede andere verkettete Funktion übertragen können, wenn du denn eine verkettete Funktion ableiten sollst. Die Schritte sind komplett funktionstypunabhängig. Wichtig ist nur, du hast eine verkettete Funktion, wie zum Beispiel eine verkettete E-Funktion, eine verkettete Sinus-Funktion, Cosinus, Ln, Wurzel, was auch immer. Dann sind genau das immer deine selben vier Schritte, die immer ein bisschen unterschiedlich aussehen, aber so als Rezept sozusagen, als Anleitung, kannst du dir genau diese merken. Dann wirst du auch bei deinen Funktionen zur richtigen Ableitung kommen. Erster Schritt, wir müssen u und v bestimmen. Dazu gab es ja schon das erste Video, dieser kompletten Playlist. u ist immer das Äußere, das worin eingesetzt wird. In der Regel also die Grundfunktion oder Zahl mal Grundfunktion, die auf deinem Taschenrechner stehen. Und v von x ist immer das, was eingesetzt wird. Das heißt, diese Veränderung der Grundfunktion. Grundfunktionen sind ja immer so etwas wie Sinus von x, Cosinus von x, Ln von x, e hoch x, x Quadrat, x hoch 3. In dem Fall haben wir natürlich die E-Funktion, also e hoch x. Und wodurch wurde jetzt das x verändert? Naja, das sehe ich jetzt hier oben. Das x wurde verändert durch 3x plus 1. Also ist das mein v von x. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, wenn dir das schwerfällt, check gerne den ersten Teil dieser kleinen Playlist ab. Erster Schritt, fertig. Zweiter Schritt, wir brauchen u' und v'. Denn du siehst ja hier oben schon die Regel stehen, da siehst du etwas mit dem u', da siehst du etwas mit dem v'. Also müssen wir jetzt gerade, jetzt erst einmal beide Teilfunktionen, die wir gerade herausgeschrieben haben, ableiten. Das hier war der erste Schritt. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Wir bilden also einmal u' von x. Das Schöne an der e-Funktion ist, e hoch x ist immer noch abgeleitet e hoch x. Und auch Zahl mal e hoch x ist abgeleitet Zahl mal e hoch x. Also, so. V-Strich. Jetzt greifen diese ganzen elementaren Ableitungsregeln, wie Potenzregel, Summregel, Faktorregel, Konstantenregel, die sollten ja wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wenn du über die Kettenregel und auch die Produktregel und manche auch die Quotientenregel sprichst in der Schule, ja relativ klar sein. Wenn nicht, dann würde ich erst einmal diese, zumindest mal die Lücken in diesem Thema auffrischen oder schließen, damit dir das neue Thema gar nicht so schwerfällt. Es greift als erstes die Summregel. Alles, was durch ein Plus und durch ein Minus getrennt ist, wird einzeln abgeleitet. Zwei Pakete. Und du weißt vielleicht, Zahl mal x ist abgeleitet, nur noch die Zahl, die von x steht. Habe ich ja auch schon wieder drüber gemacht, warum das so ist. Dementsprechend ist 3x abgeleitet 3. Und wir haben auch schon in diesem gerade angeschrieben, angesprochenen Video darüber gesprochen, warum eine Zahl abgeleitet 0 ergibt. Doch, ja, plus 0 dahinter. Muss ich nicht hinschreiben. Deswegen sagt man ganz gerne mal, eine Zahl fällt beim Ableiten weg. Haben wir. Zweiter Schritt ist abgehakt. Jetzt sind wir schon im dritten Schritt. Und wir können tatsächlich hier unsere Kettenregel, die du jetzt hier stehen siehst, anwenden. Die sieht irgendwie ein bisschen kryptisch aus. Aber merkt dir einfach nur, bitte schnappe dir v von x. So. Setze es für jedes x in U' ein. Also in dem Fall dafür. Dann hast du schon mal hier diesen ersten Teil dieser Regel gebildet. Und dahinter geht es dann weiter mit mal v' Also dann multiplizieren wir das Ganze mit der 3. Also wir wollen f' bilden. Ich schnappe mir also 3x plus 1 und setze das hier oben in der e-Funktion ein. Da bin ich also bei e hoch 3x plus 1. Danach mal 3. So. Regel ist angewendet. Der dritte Schritt, der kann abgehakt werden. Jetzt würde ich das Ganze noch mal vereinfachen. Wir sind dann im vierten Schritt. Generell hat man sich irgendwie auf diese Reihenfolge geeinigt. Vorzeichen, normale Zahl. Dann irgendeine andere normale Funktion, wie zum Beispiel x². Wenn denn vorhanden ist, ist jetzt hier nicht der Fall. Und dann die e-Funktion als letztes. Also e hoch 3x plus 1 mal 3 sind dann 3e hoch 3x plus 1. Vierter Schritt ist abgehakt. Und das ist dann auch schon die Ableitung. Schauen wir uns mal das zweite Beispiel an. Also, die Funktion g von x. Natürlich habe ich jetzt hier die Regel immer noch mit f stehen. Doch die gilt natürlich auch, wenn deine Funktion g von x heißt und du g' bilden möchtest. Oder wenn sie h von x heißt und du h' bilden möchtest. Das heißt, so welche Regeln, wenn du sie stehen siehst in der Mathematik, sind dann immer bezeichnungsunabhängig. Die Schritte sind wieder dieselben. Im ersten Schritt müssen wir natürlich wieder u von x und v von x bestimmen. Ups. So. So, also einmal u von x. Das ist wieder das, worin eingesetzt wird. Und v von x ist wieder das, was eingesetzt wird. Und ich habe schon gesagt, die Grundfunktion ist in der Regel das u von x. Also wir sehen auch hier, haben wir irgendwas mit einer e-Funktion. Und wenn du einen Vorfaktor hast, wie jetzt hier diese minus 2. Vaktor heißt ja eine Zahl, die da formal genommen wird. Dann gehört sie in der Regel zu dieser Grundfunktion dementsprechend zum u von x. Und jetzt kann ich mir wieder überlegen, wodurch wird das x verändert, um auf diese Ausgangsfunktion zu kommen. Wir wollen sie ja nur quasi auseinanderziehen in zwei Teilfunktionen. Ja, genau. Durch x² plus x. Du kannst immer die Probe machen. Schnappe dir v, setze das v, also in dem Fall jetzt x² plus x, in das u von x für das x ein. Und wenn du dann wieder die Ausgangsfunktion hast, dann hast du u und v richtig bestimmt. Erster Schritt erledigt. Zweiter Schritt, wir brauchen wieder u' und v'. Und ich sagte auch gerade schon, Zahl mal die e-Funktion ist abgeleitet, auch Zahl mal die e-Funktion. Dementsprechend ist die Ableitung von minus 2 e hoch x immer noch minus 2 e hoch x. So, v' brauchen wir auch. Jetzt greift erst einmal die Summregel. Wir haben hier da zwei Pakete. Erstes Paket, zweites Paket. x², dafür brauchen wir die Potenzregel. Aktueller Exponent mit der Zahl, die davor steht, mal nehmen. Steht dort keine Zahl, denken wir uns eine 1 hin. Die Rechnung ist also 2 mal 1, das ist 2. Dahinter notieren wir wie gewohnt unser x und ziehen dann wieder im aktuellen Exponenten 1 ab und erhalten den neuen Exponenten, also Hochzahl. Also 2 minus 1 ist 1, hoch 1 schreibt man nicht, also ist das die Ableitung von x². Und Zahl mal x ist abgeleitet, noch die Zahl, die von x steht. Denkt dran, plus x ist eine Abkürzung für plus 1x. Dementsprechend haben wir da jetzt wieder den Aufbau Zahl mal x. Zahl mal x ist abgeleitet, wie gesagt, die Zahl, die von x steht. Dementsprechend sind wir hier bei der 1. U' und V' haben wir fertig gebildet. Jetzt können wir auch wieder unsere Regel anwenden. Das heißt, wir sind im dritten Schritt und wollen tatsächlich G' bilden. Wir schnappen uns jetzt also V von x, in dem Fall also x² plus x oder 1x² plus 1x, setzen diesen Ausdruck dann für x in die Ausgangsfunktion ein, ach, in U' ein, sorry, und multiplizieren dahinter dann mit V'. Da sind wir hier also bei 2 mal e hoch und das x ersetzen wir ja jetzt hier durch 1x² plus 1x oder kürzer hingeschrieben x² plus x und dahinter jetzt mal V', also 2x plus 1. Wenn ich das jetzt so stehen lassen würde, würde ich einen Fehler begangen haben, weil es würde jetzt die Punkt-vor-Strich-Rechnung hier an dieser Stelle gelten. Das heißt, ich würde jetzt hier nur dieses vordere Paket mit mal 2x nehmen. Aber die Regel sagt mir ja, ich soll dieses vordere Paket komplett mit V' multiplizieren. Also muss ich hier die Punkt-vor-Strich-Rechnung außer Kraft setzen lassen, indem ich hier eine Klammer wähle. Dementsprechend habe ich jetzt den dritten Schritt fertig abgehakt und ich kann jetzt den vierten Schritt anwenden, das Vereinfachen. Also, vierter Schritt. Wir wollen das Ganze vereinfachen und du weißt vielleicht, man sagt mathematisch gesehen, die Multiplikation, also die Malrechnung ist kommutativ. Das bedeutet nichts anderes als 3 mal 7 ist dasselbe wie 7 mal 3. Das heißt, ich kann jetzt hier im Endeffekt diese beiden Faktoren tauschen. Dann entsteht dann ja minus 2 mal 2x plus 1 mal die e-Funktion. Warum mache ich das? Ich persönlich mag es lieber, wenn ich jetzt zum Beispiel noch die nächste Ableitung bilden müsste. Das muss man ja relativ häufig zum Beispiel, wenn man die hoch- und die Tiefpunkte berechnen möchte oder wenn man die Wendepunkte berechnen möchte, Sattelpunkte oder was auch immer, dass ich nur zwei Faktoren habe. Dementsprechend habe ich ja jetzt hier den Aufbau Zahl mal Klammer mal die e-Funktion und ich persönlich ziehe dann ganz gerne die Zahl in die Klammer hinein. Danach habe ich nur noch zwei Dinge, die miteinander mal genommen werden. Dann ist für mich persönlich das weitere Berechnen deutlich einfacher. Das heißt, ich rechne jetzt minus 2 mal 2x, das sind minus 4x und minus 2 mal 1 ist minus 2 mal die e-Funktion. Dann habe ich das in meinen Augen deutlich weiter vereinfacht, sodass weitere Rechnungen irgendwie ein bisschen schöner sind. Ja, so einfach funktioniert die Kettenregel mithilfe der e-Funktion. Wie du siehst, das war jetzt der dritte Teil. Es wird auf jeden Fall noch im siebten Teil einen Trick für die e-Funktion geben, sodass du da nicht mehr u rausschreiben musst, v rausschreiben musst. Das Ganze geht deutlich effizienter, deutlich schneller. Doch, wenn wir das Ganze lernen wollen mithilfe der Kettenregel, dann müssen wir natürlich auch mal lernen, wie man die Kettenregel bei der e-Funktion anwendet. Wenn du diese ganzen Videos nicht verpassen möchtest oder auch nur, wenn du mich unterstützen möchtest, dann bitte abonniere einfach mal diesen Kanal, aktiviere die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, wenn in den nächsten Tagen diese Videos erscheinen. Ich würde mich freuen, es zeigt mir, dass du es gut findest, dass ich hier auf YouTube Mathe-Videos hochlade. Und wenn du möchtest, check gerne das Mathe-GK-Analysis-GK-Analysis-LK-Skript ab. Da ist ja die komplette Analysis, das heißt die komplette Differenzialrechnung und auch die Integralrechnung von ganz einfach bis relativ schwer anhand von Beispielen, von vernünftigen Erklärungen, Videos, Aufgaben, Lösungen erklärt. Das Ganze natürlich hochwertig gedrückt. Ich würde mich freuen. Link in der Video schreiben, Bibliobeschreibung oder gleich auf der Endcard oder jetzt sogar schon auf der Endcard. Da kannst du auf meine Homepage einmal klicken. Da wirst du auf jeden Fall zum Skript gelangen. Und ansonsten danke ich für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass dir das Video geholfen hat. Gib einen Daumen. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.